So liebe Leute, in den letzten Zügen und damit willkommen zurück. Wenn er das hier mal schaffen würde. Geschafft! So. 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 falsch. Warte, das werden wir aber dann... Hä? Nein. Das werden wir aber machen, wenn wir da sind. Das ist ja nett, dass das drei Stunden dauern wird. Wir könnten auch rein theoretisch gucken. Das werde ich jetzt auch mal machen, eben kurz. Okay. Ne, echt jetzt. Ne. 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 Vielen Dank. So, sagen wir mal 4, Vorsichtshalber mal und Echtzeit. So, Vorfahrt achten, ja, kommt keiner. Oh, von dem Angestellten, nicht, nicht gegenfahren. Gut teuer. X3, na. Ähm, ja, da wollen wir haben. Auch eine krasse Zahl, 2396. Ich fange hier vorne an. Äh, zack, weg. Wo ist die andere blaue, da, äh, grö, äh, kumpelrote, so. Ich würde das echt so machen. So. Dann. Hallo? Nein. Probieren wir. Ich würde das nicht sagen. Ich hoffe, dass es passt. So, und das müssen wir jetzt hier einhalten. Und, könnte, könnte. Ich brauche unbedingt einen neuen. Ja, das sieht aber gut aus bisher. Ja. Der bleibt immer da. Ja. Na egal, er macht nichts. Ja. 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 Wie wird das in der Folge hinbekommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil durch die Drive-Control kann ich da nicht drüber fahren, wo das schon bearbeitet worden ist. Und sonst geht das alles kaputt und das will ich nicht. Soll ich das in der Folge hinbekommen? Ich denke, es gibt sowieso keine Kollisionen. Ich weiß, es ist nicht realistisch, aber es ist immer noch ein Spiel. Schade, dass man das hier nicht wieder aus der Maschine rausbekommt. Jetzt hätte ich das eingelagert, aber was nicht geht, geht nicht. So, dann fahren rein. Das werden wir dann in den kleinen Streifen lassig. Und dann versuche ich das unten so hinzubekommen, dass ich da wieder rauskomme, sodass ich dann direkt wieder hoch kann. Und dann haben wir nur noch dieses kleine hier, ein kleines Stückchen. Dafür brauchen wir den jetzt erstmal nicht. So, so, so. Ne, dann fangen wir lieber unten an. Und so, soまぁ wirécole. So, und dann. Ihr seht auch hier, das Rad ist kaputt gemacht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich bin so dumm. Oder geht sich das aus? Aber ich sehe nichts. Ich muss das Ding da treffen. Jetzt heißt es ein bisschen Geschick. Wenn ich hier drauf fahre, dann rieche ich mir die Frucht nicht kaputt. Perfekt. Es sah zwar jetzt ein bisschen komisch aus, aber egal. So, jetzt können wir den aber wieder anmachen. Okay. 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 Wie ist das? Sehr gut. So, da tippen So, da tippen Ich seh gerade, dass das mir gehört Naja, das überlege ich mir noch Kann ich ja erstmal hier abstellen Achso, hier ist Kollision Na, was ist denn los jetzt hier? So, stellen wir erstmal ab Den auch So, ich sag wie immer Vielen Dank fürs Einschalten Und bis zum nächsten Mal Haut rein, ciao!